Wenn ihr wissen wollt, wie ihr Optifine und Shader in der 1.18 installieren wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Für den Shader und Optifine benötigt ihr einmal die Links in der Videobeschreibung. Dort ist einmal die optifine.net-Seite verlinkt. Dort könnt ihr einmal unter Preview Versions unter der 1.18 einfach die neueste auswählen. Einfach hier einmal auf Download klicken. Dann hier oben rechts in der Ecke 6 Sekunden warten und dann einmal auf Skip drücken. Dann werdet ihr weitergeleitet zu der Download-Seite. Dort könnt ihr dann einmal auf Download klicken und dann wird das Ganze auch schon heruntergeladen. Für den nächsten Step benötigt ihr einmal eine cleane 1.18-Version bzw. einmal heruntergeladen. Eine 1.18-Version. Dafür könnt ihr einmal die 1.18 auswählen bzw. hier die neueste Vollversion auswählen. Einmal auf Spielen klicken. Und wenn das Spiel einmal offen ist, könnt ihr jetzt einmal auf Quit Game direkt wieder drücken und dann gehen wir direkt weiter zum nächsten Schritt. Die Datei, die ihr heruntergeladen habt, könnt ihr jetzt einmal mit einem Doppelklick ausführen. Vorausgesetzt ist dafür, dass ihr Java installiert habt. Wenn ihr nicht wisst, wie man Java installiert, ist hier oben rechts in der Ecke jetzt ein Video. Und dann könnt ihr hier einmal auf Installieren klicken und Optifine ist komplett installiert. Jetzt öffnen wir wieder unseren Minecraft Launcher und dort wird meistens auch schon direkt 1.18 Optifine 4 ausgewählt. Falls das nicht der Fall sein sollte, könnt ihr hier oben unserer Installation das Häkchen beim Modifiziert reinmachen und dann müsste das ja auch hier auftauchen. Wenn das also hier ausgewählt ist, können wir auf Spielen drücken. Ja, wir sind einfach schon. So, Minecraft ist gestartet und ihr seht hier unten schon 1.18 moddet. Und jetzt können wir einfach auf den nächsten Link in der Videobeschreibung klicken. Dort kommt ihr dann zum Download von dem Zoys Shader. Den benutze ich immer ganz gerne, aber ihr könnt auch noch alternatives Shader herunterladen. Die verlinke ich euch auch unten. Wenn ihr dann den Zoys Shader heruntergeladen habt, könnt ihr unter Optionen, Video Settings, Shaders, einmal den Shader Pack Folder öffnen und einfach hier den Zoys Shader reinziehen oder den Shader eurer Wahl. Dann wird er hier aufgelistet, den könnt ihr einmal anklicken und sehen, dass der Shader ziemlich gut läuft. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut da rein. Bis zum nächsten Video. Tschüss.